Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,9 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Seite an Seite erzählt uns von den Schwierigkeiten der Mutterrolle, besonders dann, wenn sie von der Anwesenheit einer anderen Frau bedroht wird. In dieser Geschichte scheint anfänglich, wie natürlich bei allen Scheidungsgeschichten, die Stiefmutter ganz klar im Nachteil zu sein. Aber als sich der anfängliche Widerstand legt und mit ihm auch die Vorurteile, erkennt jede Mutter leider, dass Konkurrenz sehr wohl möglich ist. Ein Elternteil wünscht sich, seinen Kindern alles mitzugeben, was sie für das Leben brauchen. Gute Eltern erkennen, dass sie nicht die einzige Lebensschule sein können, die ihre Kinder durchmachen haben. Duli Rabatz und Susan Sarenten sind in ihren beiden Rollen großartig, und spielen Charaktere, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.